Musik Musik Bitte tausche meine Antenne am anderen Die Antenne am anderen Kachink! 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 Leg dich niemals mit Texas an! Cowabunga! Ha! Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Kachink! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nicht so gut wie Texas Barbecue Soße Wird schon beim Zug offenschwindelig Ja, Patrick wird sich wohl darüber freuen Hier geht die Party ab! Achtung! Ich höre sie in einem Anflug! Heia! Man, Patrick freut sich sicher, das zurück zu der Karben! Geschenke öffnen ist klasse, es glänzt! Ich höre sie in einem Anflug! 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 Achtung! Achtung! Ich höre sie in einem Anflug! 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 Ok, schon besser! Eine Erfrischung! Spongebob Na ja, da waren diese Roboter Ich hab Sandy getroffen und da war der Leuchtturm Okay, okay, entschuldige, dass ich gefragt habe Hier ist der goldene Pfannenwender, den ich dir versprochen habe Danke, Mrs. Puff, und jetzt helfe ich bei der Evakuierung Aber Spongebob, du hast doch keinen Führerschein Äh, hab ich nicht? Nein, nein, hab... Ist das so? Und was ist das hier dann? Ein Büchereiausweis Oh 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 Deine Schatzkiste sieht ziemlich... Wow, Spongebob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher. Hier ist ein goldener Rü... Pfannenwenden. Damit kann man keine Pfanne wenden. Hast du meine Sa... Noch nicht, Pat. Das Schenkeöffnen ist klasse. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Ah, die Gula-Gunne. Ein sonniger Strand aus Schlamm am Meeresgrund. Aber hier im Paradies ist nicht alles gut. Und dann ist es nicht wahrscheinlich wahnsinnig. Ich halte es nicht. Ich halte es für mich. Dann muss ich noch nicht takt. Und da ist der F Bergstück einhause. Das war's für heute. Oh! 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 Come on! Oh! 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 Oh, 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 oh. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Spongebob, sehe ich verbrannt aus? Du bist schon etwas rot. Algenkötze, dieser verdammte Roboter. Roboter? Ja, ein großer Roboter hat allen die Sonnencreme geklaut. Oh nein, jetzt bekommen alle einen Sonnenbrand und dann pellt sich ihre Haut. Genau, ohne Sonnencreme kann man keinen Tag am Strand verbringen. Die Sonne ist viel zu heiß. Der Roboter ist draußen auf der Insel. Da kommt keiner hin. Spongebob, vielleicht kannst du diese Sonnenreflektoren benutzen, um das Sonnenlicht auf den Roboter zu lenken. Wenn du einen der Schalter an den Strandwärterhäuschen triffst, dreht sich der Reflektor. Verbindest du alle Häuschen, dann strahlt das Licht geradewegs zum großen Reflektor auf. Dann musst du nur noch zur Insel schwimmen und den großen Reflektor auf den Roboter ausrecken. Ich bleib hier und passe auf, die Strandmiezen auf. Aber ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen, aber ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Das war's für mich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Frisch wie eine Frühlingsbrise. Los, Spongebob! Los, Spongebob! Los, Spongebob! Autsch! Nimm das! Es glänzt. Ach, die große Schenken. Den habe ich verstanden. Autsch! Ich glaube, er braucht keine helfende Hand. Oh, der macht gleich Bock. Oh, Geschenke aus Holz. Die viele davon muss ich dann tragen. Autsch! Jizaciónke aus dem haben. Welche Zimbus haben die Zimbus nicht geklacht. Du hast jetzt eine Anleitung mit einem Schuss gescht. Das ist eine Anleitung-Rust. Die Zimbus werden wir aus dem Ding zu sagen. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Vierer noch nicht der Zimbus. Hören wir mal zu machen. Das war's für heute. Gute Güte! Noch einer! Ich werde sie zerschmettern! Aus! Das ist irgendwie hypnotisch. Oh, wie ein Fels! Karibu! Hallo, Miss... Hi, Patrick! Geht klar! Geht auf! Ach, du großer Schenken! Den hab ich verstanden! Nummer eins bei der Schnitzenjagdzone! Oh nein! Die Ballons der Kinder sind zu voll gemacht worden! Sie tragen die Kinder davon! Ich weiß nicht, Mrs. Puff! Ich finde, es sieht aus, als hätten sie Spaß! Ja, zu viel Spaß, wenn du mich fragst! Du kannst die Kinder retten, indem du die Ballons durch Blasenschläge platzen lässt! Zerstöre alle Ballons mit Blasenschlägen, dann gebe ich dir eine Belohnung! Well, erledigt, Mrs. Puff! Die Ballons mit Blasen! Ich bin der Zettkirchen! Um, die Ballons zu zerstören! Oh! Sie sind schade! 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 Das war's für heute. Noch ein Pfund für Patrick! Ich bin jetzt noch ein Pfund für den Karten. Ich bin jetzt noch ein Pfund. Ich bin jetzt noch ein Pfund. Ich bin jetzt noch ein Pfund. Das war's für heute. Mein Held! Du hast die Kinder gerettet. Hier ist ein goldener Pfannenwender als Belohnung. Das ist ein goldener Pfannenwender. Das war's für heute. Der Schränke öffnen ist klasse! Patrick sollte mal wieder waschen! Spongebob, ich hab gehört, dass du goldene Pfannenwender sammelst. Ja, Kumpelblase, das stimmt. Hast du einen gesehen? Ja, hab ich. Wir hatten einen Sandbogenwettbewerb abgehalten und jemand hat einen goldenen Pfannenwender als Spitze obendrauf gesteckt. Wenn ich ein Schloss hätte, würde ich es Schloss Bürgerstein nennen. Und jeden Montag gäbe es Sonderangebote in der Bäckerei von Schloss Bürgerstein. Äh, der goldene Pfannenwender? Oh, an der Spitze der Sand... Vielleicht solltest du es dir selbst mal ansehen. Dann können wir uns weiter, bis der die Tod Misteron bauten. Ziemlich! Oh, n cutie! Jen will... Eskel-Einst! Eskel-Einst! Untertitelung des ZDF, 2020 Musst zu höherem Gelände. Iutsch! Ach, du großer Schinken. Den hab ich verstanden. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Was war das? Ich würde mich nicht mehr so schwer. Ich würde mich nicht mehr so schwer. Das ist ein Schinken. Aber dann muss ich mich nicht mehr so schwer. Das ist ein Schinken. Ich weiß nicht mehr. Ich bin nicht mehr so schwer. Ich bin nicht mehr so schwer. Ich habe die Schinken. Ich habe eine Schinken. Das war's für heute. Er nennt mich auch Schwaminato. Noch ein Pfund für Patrick. Hallo, Gary, was gibt's? Im Ernst, Pabeus hat sich einen neuen Pullover gekauft? Oh, er ist ja so verrückt. Und am Ende dieser Höhle befindet sich ein goldener Pfannenwender. Wow! Ciao! Oh! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin ein Wettbewerb. Das war's für heute. Ach du großer Schenken, den habe ich verstanden. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken, 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 drücken. Manchmal ist es ein Knopf zu drücken, 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 drücken. Zu hübsch, ich halte es nicht aus. Spongebob, hilf mir Patrick zu finden. Tut mir leid, Junge, der Jahrmarkt ist geschlossen. Ein lästiger Roboter hat mir meinen Ticketschalter abgenommen. Und wenn du mir hilfst, diesen nutzlosen Roboter loszuwerden, gebe ich dir eine große Belohnung. Oh, noch mal, noch mal! Goat! So, in jedem steckt ein Geschenk! So hell, so glänzend! So, in jedem steckt ein Geschenk! So, in jedem steckt! Das war's für heute. Hey, das gehört mir! Ich werde sie zerschmettern! Oh oh, der macht gleich Bump! Ich werde sie mit dem Schrauben abgeben. Ich werde sie mit dem Schrauben abgeben. Ich werde sie mit dem Schrauben abgeben. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Das Wasser sieht ziemlich kalt aus. Oh, hey, meinem Rücken geht es viel besser. Das Wasser sieht ziemlich kalt aus. Autsch! Autsch! Das Wasser sieht ziemlich kalt aus. Das Wasser sieht ziemlich kalt aus. Autsch! Das Wasser sieht ziemlich kalt aus. 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 Der Roboter hat Bumm gemacht. Das Wasser sieht ganz kalt aus. Der Roboter hat Bumm. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist irgendwie hypnotisch! Aus! Karibu! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier ist er. Oh, Yomé, Yomé, Yomé! Ich glaube, er braucht keine helfende Hand. Oh, Yomé, 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 Yomé! Oh, Yomé, Yomé! Oh, Yomé, Yomé! Oh, 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 Yomé!